Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 10.400 Kilometer südwestlich, 18 Jahre in die Zukunft. Wissensreisende. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind Jan und Chris. Zwei Wissensreisende, die für euch durch Raum und Zeit reisen. Einmal pro Woche treffen wir uns dann hier im Cockpit unseres Raumzeitschiffs, um euch und uns von unseren Reisen zu berichten. Also Chris, wo sind wir gerade gelandet und was passiert heute so? Wir sind im Jahr 1965 angekommen und zwar im Kongo. Es sind bewegte Zeiten, denn im Land ändert sich alles, als der Diktator Mobutu Sese Seko, auch als Joseph Mobutu bekannt, durch einen Putsch an die Macht kommt. Einen dieser Wandel möchte ich heute ein bisschen mehr beleuchten und zwar einen sportlichen. Es geht heute um ein Thema, in dem sich unser Jan prinzipiell sehr viel besser auskennt als ich, nämlich das Wrestling. Okay. Weißt du schon, wo es hingeht? Nee. Dann freut es mich umso mehr. Wrestling wird im Kongo in den 60er Jahren schnell zu einer der beliebtesten Sportarten. Die Einheimischen lieben dieses Spektakel, denn nun können sie, nachdem die Kolonialzeit endlich weg ist, richtig so westlichen Lebensstil frei genießen und feiern einfach dieses Spektakel total. Kele Kele Letuka ist dann schnell zum größten Star dieses Sports im Kongo geworden und hat auch in Europa sehr viel Wrestling mitgemacht damals und hat auch einige Siege dort einfahren können und er gilt heute als der erste kongolesische Pro Wrestler. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass Veränderungen anstehen. Mobutu, also der Diktator, verbietet alle westlich geprägten Aktivitäten im Land und gibt nun als Richtung vor, dass sich das Volk gefälligst an die Traditionen des eigenen Landes halten soll. So wird der gerade erst so lieb gewonnene Sport Wrestling komplett gestrichen. Nun, die Zukunft dieses Sports sieht also jetzt gerade komplett schwarz aus. Es ist keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Es muss irgendeine Idee her, wenn man weiter Wrestling machen möchte. Und es gibt dort einen Pionier und dieser Pionier hat eine absolut wahnwitzige Vision und er trägt den Namen Endi Gwemoto. Seine Idee scheint völlig abstrus und ist gleichzeitig wirklich einfach nur noch als genial zu bezeichnen. Denn er fragt sich, warum nicht Wrestling und Religion zu einem einzigen Event zusammenzufügen. Super! Ja. Die Vision von Edingwe wird funktionieren. So viel kann ich schon verraten. Aber wir gehen erstmal darauf ein, was ist eigentlich die Religion im Kongo? Schauen wir uns mal offizielle Zahlen dazu an und dann finden wir dabei heraus, dass der Kongo ein überaus christliches Land ist. Rund 80 Prozent der Bevölkerung werden zu einer christlichen Religionsgemeinschaft gezählt. Nach diesen Schätzungen sind nur etwa 10 Prozent der Bevölkerung noch den alten Riten verhaftet und sind zu den indigenen Religionen zu rechnen. Aber was heißt das jetzt für unseren Sport? Profiketschen mit Kreuzen? Würgen mit Rosenkränzen? Kratzen mit Dornenkronen? Weit gefehlt. Wie in vielen afrikanischen Ländern schafften es auch im Kongo die alten Riten, ganz passabel neben dem Christentum weiter zu existieren. So dreht sich die Glaubenswelt auch um Geister und Dämonen, die den Menschen helfen können oder vor denen es sich zu schützen gilt. Diese Urreligion im Kongo heißt der Fetisch. In unserer Popkultur ist die Religion unter einem ganz anderen Namen bekannt, nämlich dem Voodoo. Oh. Bringt man nun Voodoo und Wrestling zusammen, entsteht das, was es nur im Kongo gibt und was in dem Kongo tatsächlich seit den 70ern offiziell die Nationalsportart ist, nämlich das Katsch-Fetisch. Kennst du das schon? Hast du schon mal auf dem Katsch-Fetisch gehört? Nein. Unter den Kongolesen ist klar, dass es ohne Edinkwes tolle Vision keine Rettung für das geliebte Ketschen gegeben hätte. Und was er für eine Schau daraus gezaubert hat, ist schlichtweg abenberaubend. Noch heute erinnern sich die Menschen an schaurige Ereignisse im Ring. Edinkwes riss seinen Gegnern durch die Bauchdecke hindurch die Eingeweide heraus und aß sie auf. Er ließ Haare, aus seinen Haaren Rauch aufsteigen und ertrank das Blut seiner Gegner. Dabei schaffte er es auch immer wieder, seine Gegner hinfortzufegen, ohne sie zu berühren. Es gibt auch Filmaufnahmen aus den 70ern von ihm, von Kämpfen von ihm, wo er dann aus dem Ring geführt wird von ganz vielen Leuten, die ihn halt festhalten und er macht halt nur einen Wutschrei und nimmt die Arme nach außen und es fliegen 15 Leute um ihn drum herum in alle Richtungen. Es sieht wirklich filmreif aus. Es ist fantastisch. Das Catch-Fetish hat viel mit dem US-amerikanischen Catchen gemein. So gibt es eine Dachorganisation, die den Sport lenkt und betreut und die Kämpfe folgen vorher einstudierten Choreografien. Aber dazu kommen Handlungen und Rituale aus dem Fetish. Denn diese muss jeder Kämpfer in seinem Repertoire bereithalten. Es war ja damals verboten, eine westliche Sportart zu haben. Dementsprechend, das ist jetzt Tradition und das gehört jetzt dazu. Jeder muss irgendwo auch seinen magischen Teil drauf haben. Und jetzt habe ich gerade die Kämpfer gesagt. Damit tue ich eigentlich den Frauen in diesem Sport fürchterliches Unrecht, denn Männer und Frauen kämpfen in diesem Sport gleichberechtigt. Also es wird da keinen Unterschied gemacht, dass es irgendwie weibliche Kämpferinnen und männliche Kämpfer gibt als einzelne Ligen, sondern nein, die sind gleichberechtigt im Sport vorhanden. Athletisch können sich die afrikanischen Wrestling-Profis absolut mit ihren amerikanischen Kollegen messen, auch wenn sie unter wesentlich schlechteren Bedingungen trainieren müssen. Die Bevölkerung im Kongo ist nach wie vor recht arm und auch wenn es im Wrestling Profis gibt, also Menschen, die den Lebensunterhalt mit ihrer sportlichen Arbeit verdienen, heißt das bei weitem nicht, dass die reich sind. So werden die Trainingsgeräte meistens selbst gebaut und der Trainingsring ist häufig der nackte Lehmboden hinter dem Haus. Das, was die Kämpfer allerdings für sich gewinnen, ist hohes Ansehen. Sie sind echte Helden, fast schon so etwas wie mystische Wesen, denn man stellt sich besser gut mit ihnen, schließlich weiß man nicht, was sonst mit einem passieren kann. Wenn es dann ein Kinshasa-Frühling wird, bereiten sich alle Wrestler der Stadt auf das größte Catch-Event des Jahres vor, das am Federation Day stattfindet. Und dort gibt es das größtmögliche Publikum und dort ist die Möglichkeit, sich von der besten Seite zu zeigen. Denn in allen Stadtvierteln gibt es eigene Ligen sozusagen, es gibt Champions in allen Ecken der Stadt und dort treffen alle zusammen, um halt den Champion der Champions zu krönen. Catch-Fetish ist ein buntes, wenngleich auch immer blutiges Spektakel, bei denen es jeden von den Plätzen reißt. Oft werden die Kämpfe so inszeniert, dass alte, traditionelle Überlieferungen und Geschichten im Ring neu interpretiert werden. Auch viele mythische Gegenstände werden mit in den Ring oder an den Ring mitgebracht. Oft traditionelle, meistens aber auch ebenso kreative Neuschöpfung. Es werden auch immer wieder neue Sagen erfunden und so weiter. Das klingt super. Von den Regeln her ist es mit dem westlichen Catchen wieder sehr gleich. Wer es schafft, den Gegner drei Sekunden am Boden festzumachen oder ihn auf den Boden zu bringen, dass er dort selber nicht mehr wieder hochkommt, gewinnt die Runde. Manchmal muss der Gegner bei diesem Sport dafür nicht einmal berührt werden. Nun werden viele sagen, sowas habe ich auch schon gesehen, das gab es doch auch schon mal irgendwie im amerikanischen Wrestling, irgendwie hier so ein Voodoo-Kram und so weiter. Ja, jetzt wisst ihr aber, wo das herkommt. Ja, denn wir dürfen nicht vergessen, die machen das schon seit den 60ern. Das ist nichts, was die sich irgendwo abgeguckt haben, sondern das ist schon eine sehr eigene, sehr selbstentwickelte Sportart. Also der Voodoo-Priester, der mal in einer der größten amerikanischen Ligen rumgelaufen ist, den habe ich auch gerade vor Augen gehabt. Und ja, das, okay. Jetzt muss man sich aber noch den Impact vorstellen, wenn jeder im Publikum den kompletten kulturellen Background hat und deswegen schon, wenn ein bestimmter Gegenstand gezeigt wird oder eine bestimmte Pose auch nur eingenommen wird, er weiß, worum es jetzt gleich geht und was jetzt gleich kommen wird. Ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Ding. Und ja, schauen wir uns doch nochmal so ein paar Wrestler an und ihre Storys drumherum, um uns auch so ein bisschen mehr an diesen ungewöhnlichen Sport heranzuwagen. Da gibt es zum Beispiel den Champion von West Kinshasa. Übrigens, Kinshasa ist auch kein kleines Örtchen, das ist eine Elfmillionenstadt. Das ist Giga. Giga nennt sich das Biest. Sieht aus wie ein klassischer Wrestler, sehr athletisch und austrainiert, allerdings ohne aufgeblasene Bodybuilder-Muskeln. Das haben die alle nicht, aber die sind alle komplett durchgestellt und wahrscheinlich können die so im Gewichtheben durchaus mit den amerikanischen Profis mitkommen, müssen aber ihre eigenen Muskeln dabei nicht tragen. Giga ist den traditionellen Weg gegangen und hat klassisches griechisch-römisches Ringen gelernt und das schon als Kind und er sagt auch, hat das schon immer gelebt, denn seine älteren Brüder haben diese Kunst bereits ausgeführt und er hat das schon als kleines Kind beobachtet und von Anfang an mitgemacht und er sagt, ohne griechisch-römisches Ringen kannst du diesen Sport auch einfach nicht ausführen und musst ja schließlich auch die athletischen Grundzüge kennen. Und natürlich hätte auch er ohne den Fetisch in diesem Sport keine Chance, denn das ist ein integraler Bestandteil der Vorführung und kann nicht umgangen werden. Giga stehen während seiner Kämpfe zwei bis vier Geister zur Verfügung, die ihm beistehen. Er muss also nie alleine kämpfen und kann sie nach Belieben steuern. Sie hypnotisieren die Gegner und machen sie kampfunfähig. Dann haben wir den Champion von Ost-Kinshasa, Sakrim Fumo. Dieser Voodoo-Priester ist hochgefährlich und kann den Gegner zum Stillstand bringen. Ja, er kann sogar die Zeit im Ring und auch direkt am Ring zum Stillstand bringen, verlangsamen oder sogar umkehren. Ich würde mir das übrigens sofort angucken, weißt du was? Ich würde mir die Show sofort angucken. Die Champions des Stadtteils Messina sind die Zwillinge Bankhakan Simba Limpasa und Bankhakan Susi Limpasa. Diese beiden zählen als ein Wrestler. Bei ihnen sind die Rollen klar geteilt und sie ergeben zusammen den wohl komplettesten kongolesischen Wrestler. Susi berührt seine Gegner niemals, sondern greift die Gegner ausschließlich mit Fetischmagie an. Bei seinem Bruder Simba ist es genau andersherum. Er kämpft sehr gekonnt und künstlerisch anspruchsvoll, ist ein großseitiger Performer, der sich in der Kultur des Kongo sehr gut auskennt und der Sache sehr bewusst ist und der halt eben den kämpferischen Teil übernimmt. Sie sind ihrem Stadtteil hoch verehrt und werden wie die Könige gefeiert. Dann gibt es zum Beispiel den Wrestler mit dem schönen Namen Todesschlag, der seinen Gegner immer mit dem letzten Schlag tötet. Gelingt ihm das nicht, hat er nicht gewonnen. Schön ist, dass die Geschichte der Kämpfe hier sogar intakt bleiben kann, denn im Voodoo ist es möglich, Tote wieder zu erwecken und so ist es auch nur ein kleines Wunder, wenn der Getötete demnächst wieder im Ring auftaucht. Super, super. Das Element Wasser braucht der Krokodilschwanz zum endgültigen Gewinn, denn er kann seine Gegner für immer im Wasser bannen. Ganz anders geht Königin Shakira vor. Sie reißt den Männern die Hoten ab, damit sie sich nicht vermehren. Ihr merkt schon, ein grenzenloser Spaß für die ganze Familie. Sofort am Start, finde ich super. Am großen Tag, dem Federation Day, fahren alle Kämpfer in einer großen Parade durch die Stadt zum Ort der Kämpfe. Dabei muss man sich das durchaus sehr afrikanisch vorstellen. Die Wrestler sitzen mit ihrem Gefolge auf alten Pkws, mit denen sie langsam durch die Straßen gefahren werden. Alle sind in fröhlich bunten Gewändern, während sie von ausgelassenen Fans umringt werden. Am Ort des Geschehens angekommen, würden westliche Wrestling-Stars gleich wieder umdrehen. Der Ring wirkt improvisiert. Er hat einen einfachen Boden aus Holzlatten und auf diesen ist ein zusammengepuzzelter Boden mit Matten in der Dicke von einer Yogamatte ausgelegt. Es gibt auch keine Polster an den Pfosten und so weiter. Das ist halt wirklich sehr, sehr einfach. In Deutschland würden wir diesen Ring einfach als unkalkulierbares Sicherheitsrisiko bezeichnen. Der würde kein TÜV-Zertifikat kriegen. Kannst du mal von ausgehen. Hier in Kinshasa ist dieser Ring aber an diesem Tag ganz einfach die Bretter, die die Welt bedeuten. Der Ring steht auch nicht in einem Stadion. Er steht auf einer großen freien Fläche, umgeben von einer Reihe Plastikgartenstühle für die hohen Würdenträger und die Medizinmänner. Es gibt auch noch so ein kleines Zelt, wo noch ein paar Honorationen stehen. Der Rest steht. Wir reden hier aber von vielen tausend Menschen, die sich das Ganze angucken. Nun folgt ein ganzer Tag Voodoo-Catchen vom Feinsten. Gestartet wird mit den Nachwuchstalenten und ganz zum Schluss gehen dann die Schwergewichte des Sports an den Start. Hier können die Zuschauer dann auch echte Wunder erleben, wie zum Beispiel das Verwandeln eines Gegners in eine Ziege. Cool. Noch ein bisschen, weißt du, Wrestling gepaart mit David Copperfield. Super. Ja, du hast es. Ich meine, du musst dir das relativ einfach vorstellen von der Inszenierung her. Nichtsdestotrotz ist der Effekt halt einfach fantastisch. Das ist so ein Ding, was zum Beispiel die beiden Brüder, von denen ich gesprochen habe, machen. Die haben dann einen Sarg, wo sie den Gegner reinstecken und dann kommt irgendwo so eine Wolldecke, die interessiert aber nicht so sehr. Auf jeden Fall, dann klappen sie den Sarg wieder auf und holen eine kleine Ziege raus, die sie dann durch den Ring tragen. Ich kann auf jeden Fall dir und euch da draußen ganz, ganz, ganz dringend empfehlen, mal diese Phrase Katsch-Fetisch, die findet ihr ja im Episodentitel, mal einzugeben und mal euch das Ganze anzuschauen. Das ist wirklich etwas, das ist komplett einzigartig. Das ist viel variantenreicher, als ihr euch das jetzt gerade vorstellen könnt. Und ich muss sagen, das steht auch dem wirklich groß inszenierten Millionengeschäft amerikanischen oder Milliardengeschäft amerikanischem Profi-Wrestling in nichts nach, was das Entertainment angeht. Denn es ist einfach unglaublich spannend, was für Charaktere du herausbilden kannst, wenn jeder Kämpfer auch noch eine magische Seite dabei hat. Und da passiert halt einfach in den Köpfen der Leute sauviel. Absolut super. Ja, das ist eine kleine Geschichte des Katsch-Fetisch. Mega. Alter Schwede, wie cool das ist. Ich muss gleich dazu irgendwas mal sehen. Das klingt wirklich, wirklich entertaining. Ich meine, ich weiß, das ist einfach, es ist ja nur Entertainment. Ich weiß, mir ist es schon klar, es ist kein sportlicher Wettkampf. Aber das, was du gerade erzählt hast, klingt wie eine Show. Die würde ich mir angucken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Das ist halt schon sehr, sehr Show. Und es ist auch natürlich eine körperlich extrem harte Nummer, was ja auch amerikanisches Wrestling letztendlich auch ist. Ja, oder japanisch ist. Aber die haben halt noch weniger so Sicherheitsvorkehrungen dabei. Also es ist schon ein sehr hartes Ding, was die machen. Und das Blut ist nicht immer nur das Blut, was die mit an den Ring gebracht haben, um zu zeigen, dass sie irgendwelche Körperteile abgerissen haben, sondern die pellen sich auch manchmal ganz gut so gegenseitig. Ja, gut. Aber das ist halt Teil des Sports und gehört dazu. Das ist ja auch irgendwie in all den Wrestling-Lingen. Und warum sollte es in Afrika anders sein? Blut gehört halt dazu. Und naja, ein kleiner Schnitt ist einem auch recht schnell verpasst zum richtigen Zeitpunkt. Das geht ja relativ fix. Alter Schwede, aber ganz ehrlich, ich habe da noch niemals von gehört. Ich habe gerade echt gedacht so, wow, du erzählst mir jetzt irgendwas von einem Wrestler, der im Kongo geboren ist und wahrscheinlich weiß ich in zehn Minuten, ach, den meinst du. Vor allem die Charaktere, das klingt echt super. Das Zwillingspaar und so, das klingt nach wirklich Fun. Also, wenn wir irgendwann nochmal im Kongo landen zufällig, dann gehen wir da nochmal vorbei. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Das muss man gesehen haben. Das ist schon sehr, sehr einsichertig. Echt cool. Weil mich freut, dass ich halt gepokert habe und ein Thema genommen habe, wo ich echt dachte, ah, könnte, könnte. Nee, wusste ich nicht. Das ist aber echt interessant. Vor allen Dingen, wenn du den Show-Aspekt dir überlegst und einfach jetzt nimm mal das Wort Voodoo weg, sondern nimm einfach nur, du hast diese Show, die aus Kämpfen besteht und du hast wirklich dieses übernatürliche Element, was ja auch in den westlichen Ligen jetzt nicht so durchgängig, aber bei einzelnen Charakteren in den letzten Jahrzehnten durchaus funktioniert hat und genial war, was wirklich, wirklich cool war und dementsprechend auch Leute in sehr hohem Maße über sehr lange Zeit unterhalten hat. Hundertprozentig. Und es ist auch wieder so eine Sache, dass es auch einfach schön ist. Es ist halt eine einfache Geschichte zum Hingehen. Es können viele Leute hingehen. Es ist halt keine hohe Schwelle dabei. Das existiert auch heute noch. Das existiert auch heute noch. Dieser Redemption Day oder wie heißt er? Nee, Redemption Day. Federation Day. Federation Day. Das wird wahrscheinlich so der Nationalfeiertag sein. Und das gibt es heute noch und das findet ihr cool. Absolut. Das ist wirklich ein Ding, dass die, ja, seitdem das in das 65 gestartet ist, durchgängig gemacht haben und es einfach wirklich das Spektakel ist schlechthin und die auch sehr, sehr geschichtsbewusst sind. Also wirklich auch alte Kämpfer, sie werden immer noch erkannt auf der Straße und werden halt gefeiert. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, um mal festzustellen, ist das denn eigentlich cool? Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der glühendste Wrestling-Fan und ich finde das richtig cool. Also dann gucke ich es mir auf jeden Fall an. Ja, vielen Dank dafür, dass du mal wieder eine Wissenslücke bei mir aufgefüllt hast, von der ich, bis ich hier heute in unserem Raumzeitschiff angekommen bin, nicht mal wusste, dass ich sie habe. Hervorragend. Fantastisch. Katsch-Fetisch. Katsch-Fetisch. Nicht vergessen. Katsch-Fetisch. Ja, ich danke euch da draußen für die Aufmerksamkeit und wir, ich sage das jetzt mal stellvertretend für mich und für all die Leute da draußen, wir danken dir, dass du was ausgegraben hast, wovon ich eher glaube, da haben noch nicht so viele Leute von gehört. Gerne. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Freitag, wenn du mir das erzählst. Und das werde ich machen. Aber freu dich da nicht zu früh. Ich habe ja so die Tendenzen, über Unangenehmes zu erzählen. So Kopf in Teilchenbeschleuniger stecken. Vergammeln in der eigenen Wohnung. Genau. Also beim Schreiben meiner nächsten Geschichte ist mir dann aufgefallen, da gibt es auch einen Trend, der setzt sich ein bisschen vor. Aber es wird nicht, ich hoffe mal, nicht ganz so schlimm. Okay. Wir bleiben mal gespannt und treffen uns hier genau hier am nächsten Freitag wieder und hören weiter. So machen wir das. Wenn ihr uns bis dahin vielleicht mal irgendein Feedback zukommen lassen wollt, so wie es der Knatterbär netterweise schon getan hat, nutzt dafür doch einfach mal Apple Podcasts und hinterlasst uns eine Rezension. Am besten auch mit ein paar Sternen. Und ansonsten könnt ihr uns über alle sozialen Medien erreichen, auch die, die ja für kurze Zeit einfach mal gerade nicht da waren. Auch so eine Geschichte zum Enkeln erzählen. Ganz genau. Also wir hören uns dann in einer Woche wieder bei den Wissensreisenden hier im Raumzeitschiff und bis dahin sagen wir Tschüss!